alle leute ich bin es wieder der coach ja und es geht weiter continue ja ist klar ja man dieses spiel regt mich langsam richtig auf aber richtig ich bin auch bald damit ja fertig hoffe ich jetzt mal ich habe bock auf ein anderes projekt aber erst wenn ich dieses scheiß projekt fertig haben dass sie endlich fertig habe und jeder der es irgendwann mal lässt werden kommt zu mir bitte ich helfe ihnen wie klar jetzt werden müssen sich ja zusammenhalten dich er hat schon gut angefangen hat schon sehr sehr gut angefangen meins ach den wollte ich nicht reiten das mit den reiten nicht falsch verstehen sag ich nur und ich werde vielleicht hier lang leise weniger weniger sprechen weil ich muss ja diesen scheiß spiel konzentrieren was soll das jetzt für ich brauche ich mich einfach mal man spiel dieses spiel regt mich nur auf dieses spiel regt mich nur kaputt auf du aber das dich jetzt töd ich euch ja spaß dies jetzt ist auf das einmal weg du verdammte schätze normale habe ich vergessen zu sagen ich hasse dieses spiel abgrund jetzt seit ihr das letzte hast du das spiel ich dachte es wird spaß machen aber es dauert und dauert und ist sehr viel arbeit hier durchzukommen sehr sehr viel arbeit und drüber super und jetzt wieder diese scheiße fikt euch man geschafft okay das fühle ich mir jetzt ja wie ich gesagt habe ich werde jetzt viel leiser sein weil ich nicht so viel kommentieren kann weil ich mich über diesen spiel konzentrieren muss getötet okay warte erst hätte ich mal ich nehme mal das hier mit ich nehme das hier mit ich hoffe die kommen jetzt nicht zu mir ach hier tot stirb du bist auch da oben tot super das wollte ich ja erreichen aber das hat doch so lange geklappt ähm 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 weiter hoch ihr werdet mich nicht wieder verarschen ihr kleinen scheißbomben denn doch seid ihr dran okay irgendwie habe ich das noch geschafft wo gehts hier denn hin geschafft geschafft was ist das denn was wie wollt ihr mich angreifen hier da habe ich nicht alle münzen irgendwelche vergessen oder was nämlich war mit vielleicht kann es mir irgendwie helfen scheiße ich muss den ich muss den vorgesehen teppich klauen wo ist münze 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 ok ein leben habe ich dazu bekommen kein problem ich habe alle münzen zu glück und hier jetzt bin ich wieder glücklich und mag dieses spiel wieder tot 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 ich muss ja noch mal diesen komischen wo ist der vogel du scheiß vogel ich töte dich wenn ich sie diese dicken scheiß dann bringe ich die um mach ich nicht so mit denen ich muss mal ein bisschen runter gehen der vogel ist in meinem weg geschafft wartet es geht weiter mann mann diese ekligen scheigeis und dieser komische engel haben mich richtig aufgeregt die kommen ja okay das habe ich jetzt geklärt und du weg komm her und du scheiß vogel verpiss dich keiner will dein freund sein also verpiss dich bitte oh nein gibt es hier bestimmt hier nicht ok geklärt 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 wartet es geht weiter ich habe nur ein safe state gemacht wenn ich hier sterbe nochmal zu machen ok es geht weiter ich bin ich denke mal ich bin cool wartet es geht weiter ja ok komm her ja ich weiß ich kenne den spruch schon ok ok nochmal es geht weiter ok 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 es geht weiter ok 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 auf dieses spiel noch mal zum sechsten glaube ich mal du elender spaß die oder was du da darstellen soll es weiter zum siebten mal scheiße da komme ich näher mann tot endlich ja und wir sehen es im nächsten part tschüss